Die Preise in der Industrie haben sich in den letzten zehn Jahren im Strombereich mehr als verdoppelt, sodass dort natürlich ein enormer Kostendruck auch für die Kunden existiert. Energiekosten sind insofern ein relevantes Thema und diese Energiekosten herunterzubringen, ist zentrale Aufgabe aller unserer Kunden. Und da kommen wir halt ins Spiel mit unserer innovativen neuen Lösung, weil wir das aus der Anwendung heraus entwickelt haben und dies ganzheitlich den Kunden anbieten. Wir bieten eine Energie-Monitoring-Box. Die ist Plug-and-Play fähig, sprich die Installationszeit verkürzt sich. Das Gewährleistung- und Sicherheitsrisiko wird aufs Minimum reduziert, weil kein Eingriff in den Schaltschrank erfolgt. Die Box in Kombination mit der Software bringt Ihnen Transparenz und keine Energieeffizienz ohne Energietransparenz. Sie müssen zunächst einmal wissen, wo die großen Verbraucher sind. Sie müssen wissen, welches die Einflussfaktoren auf Ihren Energieverbrauch sind. Und erst wenn Sie diese Informationen haben, können Sie dann in die Tiefe abtauchen und Maßnahmen zur Energieeffizienzsteigerung definieren. Weitmuller ist seit vielen Jahren auch erfolgreich in der Anwendung im Thema Energieeffizienz und Energiemanagement. Wir sind da auch absoluter Vorreiter mit dieser ganzheitlichen Lösung, weil wir quasi diesen Weg vom Anwender zum Lösungsanbieter gemacht haben.